So, gucken wir doch mal. Also hier ist Regenbogen um uns rum, aber die gehen alle eher direkt nach unten, nach da links. Fliegen aber auch ein paar. Wird dahin. Also es ist relativ... Oh, 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 ne. Da sind richtig viele. Ich würde lieber abdrehen, ja. Also es wird, glaube ich, ein bisschen Action geladen, aber hier sind doch relativ viele nah beieinander. Da ist einer gelandet. Ja? Da ist einer, eine Einzelperson ist da gelandet, wo du jetzt gerade hinfliegst. Schneide Waffe. Waffe. Wir sind keine Waffen. Ja, du hast eine? Nein, ich habe keine. Ich hätte gerne welche. Oh, Mann, ich habe lag, ich habe lag. Warum habe ich lag? Oh, ich habe was. Ich habe auch ein bisschen lag. Ich glaube, ich habe einen Rucksack. Wow. Hilf mir, dass wir töten. Oh, der steht direkt neben dir. Oh. Yes! Haha. Nice. Das war nix, mein Freund. Der hatte nicht den High Ground. Der hatte überhaupt nicht den High Ground gegen zwei so geile Dudes wie uns. Ja, ich könnte auch mal anmoderieren, aber was ist eine schönere Anmoderation als einfach jemanden zu killen in der ersten Minute? Hallo Leute, Folge 3, Apex Legends mit den Legends, kann ich das noch schwuler eigentlich aussprechen? Legends. Paul und Dennis. Ich glaube nicht. Hi. Aber du musst mal auffassen, das sind glaube ich schon... Da sind schon welche. Ich bin bei dir, falls es Probleme gibt. Ich kann ja mal meinen Raven aktivieren, aber ich sehe keine Leute hier. Ich nehme mir erst mal noch ein bisschen was an Stuff mit. Hehehe, abgestoppt. Habt ihr einen. Sehr gut. Braucht mal was anderes außer Schroten hier. Ey, die Schrote ist so scheiße, ich sag's dir. Ey, ich muss hier weg. Fuck. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr, da sind noch mehr. Gegner geordnet, der war da oben irgendwie hinten. Wo, 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 wo? Hinten, hinten, ich hab ihn. Hab ihn erledigt. Am Hintereingang von dem Haus. Ich stelle mir mal die Kabe hin von ihm. Ja, mach, mach. Boah, ich hab sogar mit einer Einzelschusskanone den erledigt. Du bist der Geister. Ich danke. Also weiß ich, aber es ist trotzdem schön, das zu hören. Okay. Das ist eine gute Position hier. Wir haben vier getötet. Ja. Ich, 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 ich sieh's nochmal kurz. Wir sind auch in der Dings, also es ist alles okay. Okay, vielleicht das Scout-Gewirr doch nicht so scheiße. Ich geh hier mal kurz hoch zum Looten. Oh, ey, die Tür hört mich voll ab, ey. Wie sie labert. Die labert, man. Mod be something good, das war, ey. Ich hab, äh, abgeschaltet. Ich gehör da nicht mehr viel. Ah, okay. Ist vielleicht eine gute Option. Ja, das hab ich mir bei all diesen Spielen angewöhnt. Das ist... Oh, achso. Die zweimal, wo was Sinnvolles gesagt wurde, die... Ähm, ja, wiegen die hundertmal nicht auf. Obwohl die Scheiße labert. So, ich hab jetzt irgendwie mal... Ja, der hat eins, die ist richtig gut. Ja. Ich hab, äh, mein Ulti freigeschaltet. Ich weiß aber nicht, was das ist. Ich weiß nicht. Müssen wir mal ausprobieren, irgendwie. Mein Ohrgrad. Äh, was suchst du für Ammo? Ich brauche, äh, leicht und... Was ist diese grüne, türkisfarbene, mit den zwei Patronen drauf? Heavy Ammo. Heavy, okay, ja. Kann ich dir geben. Noch ein bisschen. Ja, ich komm mal wieder in eure Richtung. Du solltest mal ein Schild auch, äh... Wieder auffüllen. Ich hab keine Schilddinger gefunden. Ich würde, ich würde, wenn ich könnte. Doch, ich hab ein Schildding. Warte. So. Okay. Wenigstens ein bisschen mehr. Könnte ich auch einfach heilen, wenn du mal stehen wirst, ey. Also unser Dude. Unser Dude? Ja, ich bin ja nicht so doll verletzt. Du kannst mich auch gerne heilen. Aber ich hab... Ja, dann komm her. Ja. Okay, wollen wir gucken? Da Gegner irgendwie. Wo? Er hat markiert. Okay. Ich folge. Unser Dude. Ich folge auch unauffällig. Ist der Lingo durchgesetzt, ja. Ist da nicht einer? Da ist auf jeden Fall ein Portal. Was ist denn ein Portal? Gibt's hier Portale? Na, das kann diese eine, äh... Die rechts neben Bangalore ist. Okay. Äh, links neben Bangalore ist. Die kannst du Portale aufmachen, dann kannst du zwei Punkte mehr gewinnen und dann schnell da reinjumpen. Geil. Und wo kommst du dann? Achso, dann kommst du aus dem Portal. Das andere Portal ist da hinten. Egal. Ich wüsste so gerne, was mein, äh... Was mein Ulti macht. Wenn ich mich mal vorher informieren soll, genauer. Also ich hab mir... Hab mir vorher ein paar Sachen durchgelesen, vor dem Spielen. Also ich, äh, weiß, was die so halbwegs machen, aber... Mit dem hab ich's jetzt gerade einfach vergessen. Okay. Okay, da oben in dem... Da. Ja, ich geh mit. Fuck, fuck. Nein, die stehen hier. Die sind direkt hinter mir gewesen. Die haben uns umgangen. Scheiße. Okay. Ja, also hier ist einer. Auf jeden Fall. Bei mir. Wo, 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 wo. Ich bin in dem Haus, wo wir eben noch drin waren. Hier vorne einfach. Die haben euch weggelockt. Ja, ich bin jetzt... Ich bin komplett hin. Hier sind zwei. Die stehen über meiner Leiche und looten mich. Ja. Ich hole dich, wenn ich kann. Ja, nö. Mir wär wichtiger, dass ihr die umbringt. Da kommt gerade irgendwas runter. Ah, das war echt scheiße, weil die waren da, äh, bei euch und bei uns waren dann auch noch welche. Also, wo wir gerade losgelandet laufen sind. Gerade, als ich zu euch kommen wollte, haben die mich von hinten erschossen. Mann. Da, Zip-Line. An der Zip-Line. Ist einer. Alter, der geht voll steil, der Typ hier. Soll er, soll er. Der, der links läuft er. Ich bin jetzt mal der Spotter hier. Er ist leider so ein bisschen, ein bisschen hakelig, natürlich, wenn ich, wenn ich zugucke. Na, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ne, ist ja, wie gesagt, ist okay. Wow. Fuck, Alter. Bring dich in Sicherheit. Ich will lieber uns, unserem Team beim Gewinnen zugucken, als, dass ihr mich irgendwie rettet. Hast du noch was gegen ihn für Schilde? Mhm. Dieser kleine Roboter, wie der so einen kleinen Zup-Chill, äh, Kabel da an dich ranschließt. Süß. Ich sehe leider nicht, ich sehe leider nicht, wenn du im, äh, im Inventar bist. Bei den Kisten. Schade, ich wüsste so gern, was da drin ist in den Kisten. Mhm. Bestimmt tolle Sachen. Ich frage mich ja, ich frage mich, wann die jetzt mal zu euch kommen hier, weil die wissen ja, dass ihr da seid. Ich muss mal hochfahren. Ihr seid auch außerhalb der Zone, ne? Nur mal so. Ja, 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 aber wir haben noch ein paar Minuten. Ja. Das sagt man sich immer und dann ist man tot. Ich sehe sie aber auch gerade echt nirgends. Er schießt auf irgendwen, aber ich weiß nicht. Da innen hin im Schild ist einer drin. Äh, zwei? Drei. Drei? Alle drei sind so da. Zwei. Drei. Ich sehe nur zwei. Nee, ich sehe. Oh, jetzt bräuchte man den Artillerie-Schlag. Aber sie sind so ein bisschen gefangen. Wenn ihr sie da down haltet, dann... Da hinten kommt noch der dritte. Links. Über die Wüste. Ja, jetzt haben sie wieder den Schild. Was für ein bescheuertes Gefecht, wie sie da in dieser blöden Rinde sitzen. Ja, aber sie müssen ja da weg. Ja. Jetzt können sie sich wieder heilen. Auf wen schießt ihr? Ich nope jetzt hier raus. Ja, komm. Das bringt doch nichts. Das ist ein einziges Stellungsgefecht irgendwie. Verpiss dich einfach. Komm, geh in Sicherheit. Lass sie doch machen da. Micky, komm mit. Ah, Micky will das nicht zu gewinnende Gefecht gewinnen. Das spricht für ihren oder seinen Mut und das Durchhaltevermögen, aber nicht für die Klugheit. Ich nope mich jetzt hier in die... Nope dich mal in den Bunker. In den Durchgang. Felsendurchgang. Gibt's eigentlich schon so total professionelle Begriffe für all diese Locations bestimmt, ne? Keiner. Ist ja immer bei solchen Spielen. Das ist, ne, Rush A, Rush B und so. Es gibt hier garantiert irgendwie, das ist, äh, äh, Gate oder so. Wallgate oder sowas. Keine Ahnung. Military Bay. Das ist Bay 2. Ich bin Bay 2. Das ist so mega spannend. Ich guck mal bei Micky zu, was da gerade passiert. Der ist bei dir. Der ist direkt hinter dir. Er hat sich auch rausgenobt. Es löft. Es sind noch sieben verbliebene Squats. Das ist nicht so schlecht. Okay. Wie sieht's mit dem Loot aus? Zufrieden bisher? Hm, ich hab mal ganz gute Waffe, ja. Lass uns schon mal anfangen. Ach, sechs Squats. Langsam beginnt das, die Interest, das interessante letzte Viertel. Äh, so weit waren wir jetzt hier heute noch nicht. Das ist, ist sehr gut. Oh, Devotion, Devotion! Devotion! Die ist so geil. Ich sag's dir. Ja, die hatte ich ja auch schon mal vorhin. Ich mach mal kurz hoch, da war noch überall Energie. Energie. Oh, pass bloß auf, dass die euch jetzt nicht irgendwie folgen, ne? Äh, ne, ne. Nevermind! Ja, leider noch keine Stufe 3 Rüstung gefunden. Äh, okay. Gleich ist die Runde vorbei. Also, beziehungsweise die Verengung. Wie heißt das hier eigentlich? Das heißt ja, bei PUBG ist es shrinking. Ich hab keine Ahnung. Hier heißt das bestimmt auch so. Wir nennen das jetzt auch so. Shrinking. Shrinking? Shrinking ist gleich vorbei. Bestimmt gibt's ja, weil Fortnite ist ja mittlerweile größer, das heißt, da gibt's bestimmt nochmal noch geilere Begriffe. Die kenn ich ja auch mal. Nein, das ist einfach die Quadratur des Kreises. Das wird sich durchsetzen, ich bin mir sicher. Ich hab das zuerst gehört. Meinst du, man kann da so Copyright drauf anmelden, auf solche Gaming-Begriffe und dann... Naja, der Typ, der hier... Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Ja. Das ist aber auch wiederum ein Echtweltsport. Das akzeptieren ja die Menschen eher. Als diesen E-Sport. Der ist ja so E und Pfui. Oh, das ist halt eine richtig spannende Runde hier, meine Güte. Da haben wir noch sechs Squats. 13 Leute. Das heißt aber auch, dass im Schnitt nur noch zwei am Leben sind. Also es sind nicht mehr viele Squats, die voll sind wahrscheinlich. Also auch jetzt rein Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es könnten natürlich auch noch drei volle sein und auch welche mit einem oder so, aber... Da ist... 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 Kann sein, dass er alleine ist. Ich weiß es nicht. Noch sehe ich keinen Zweiten. Let's explore this way. Let's explore this way. Ist egal. Die hat echt ne geile... Geile Dialekt. Der Akzent ist das dann. Kill the motherfucker! Fuck, 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 fuck. Äh. Das war irgendwie... Brandgefährlich. Ich will nicht wieder an der selben Stelle reinkommen. Boah. Da ist ja richtig Action da rum. Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, da ist auch noch einer. Ah, fuck. Wenn Miki jetzt smart ist, dann bleibt er drin. Ja. Ja, 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 ja. Oh, gebt uns fünf Sekunden, komm. Zwei sind schon wieder tot. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Sie sind drin. Ja. Kill the motherfucker. Ja. Schönes Ding. Stolz auf dich. Fuck. Nein. Nein. Beim Nachleinen. Was für eine knappe Kiste. Ach, schön. Oh, Mann. Verursachter Schaden. Über 1000 durch 65. Ich hab sie so ein bisschen gestreichelt. Mit dem Gewehrknauf. Aber immerhin ein Kill. Ey, habt ihr schön gemacht. Boah, guck mal. Wir haben zusammen sieben Leute gekillt. Ja, nicht schlecht. Gut. Ist okay. Ist okay. Komme ich mit klar. Ja, das war mal doch eine ansehnliche dritte Folge, würde ich sagen. Da können wir uns mit stolz geschwellter Brust verabschieden. Aus dieser Episode. Und uns in der nächsten Folge wiedersehen mit einem... Oh, ich bin Level 5. Oh, das Level-System ist... Motiviert mich ja schon. Damit sehen wir uns wieder, ja. Ja, damit sehen wir uns wieder mit Level 5. Und diesmal kann ich dann vielleicht auch wieder einen besseren Charakter spielen, weil Bloodhound... Ich konnte immer noch nicht den Ulti testen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich lese das jetzt mal nach, während wir warten auf die nächste Runde. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.